Hallöchen meine lieben Jungs und ganz herzlich willkommen zum zweiten Vlog. Wir gehen gleich zum Markt. Zack, hier sind wir wieder, waren kurz beim Markt und jetzt gibt es bei uns gar nichts. Ich gehe gleich Basketball spielen. Zack, bin ich wieder. Nein, so. Ja, heute war der spektakulärste Tag in diesen drei oder zwei Aufenthaltstagen in Spanien. Also der beste, spektakulärste, spannendste Tag, den wir hatten bis jetzt, weil wir haben genau nichts gemacht. Ich war Basketball spielen. Wir waren am Morgen, Mittag, am Markt, den wir halt gesehen haben. Und ja, den Rest haben wir verchillt. Und ich bin dann von viertel nach vier bis viertel nach sechs, war ich Basketball spielen. Und der Lexi-Gamer war Sonne tanken. Sonnenenergie aufladen. Er hat zwei Stunden Lager in der Sonne, Lager in der Sonne. Und ja, das war unser Tag. Gleich gibt es Aperitif. Aktiv, Aperitif. Und ja, dann Abendessen und weiter nichts. Also heute ist wirklich der speziellste Tag. Vielleicht werden wir irgendwas über irgendwas labern. Oder es wird einfach der kürzeste Vlog, den ihr jetzt sehen werdet. Und naja. Falls noch etwas passiert heute Abend, werdet ihr es sehen. Sonst werdet ihr gleich die Abmoderation hören oder irgendwas. Ihr werdet sehen, was kommen wird. Na? Was? Was ist los? Was ist passiert? Hä? Hä? Was ist passiert? Jungs? What the fuck? Jungs! Plötzlich ist es dunkel! Wie geht das denn? What the hell? Haben wir gepennt? Oh oh oh. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Hm. Es wurde einfach dunkel. Naja. Ja. Ähm. Die Jokes fliegen nur so rum. Die Jokes. Ja. Die fliegen nur so rum. Schlimmer als der Flugverkehr. Ich wollte gerade drauf rappen, aber mir fiel nichts ein. Denn ich bin leider nicht Einstein. Oh yeah. Ich hatte eine kleine Idee und zwar können wir einen Wettbewerb machen. Der Gewinn ist eine Postkarte, die von mir und Galaxy Gamer unterzeichnet wird. Hm? Ja. Okay. Ähm. Ich habe die Galaxy Gamer noch nicht gesagt, meine Idee. Die spreche ich jetzt halt gerade aus. Und irgendetwas ist überlegen wir noch. Irgendetwas wird irgendeine Frage gestellt. Und der, der sie dann richtig beantwortet in den Kommentaren, der bekommt dann halt von uns eine Postkarte, die Galaxy Gamer und ich unterzeichnen. Das ist doch mal was, würde ich sagen. Das ist doch eine coole Idee, oder? Äh. Und ähm. Ja. Weil wir haben YouTube-Money und können uns das daher leisten. Nee, so. Und, nee. Also es ist mir einfach gerade eingefallen und ich dachte so, das ist doch irgendwie so chillig. Das geht ja noch. Ähm. Wir werden gleich so einen Talkabend machen. Die Frage ist, über welches Thema. Und die Frage ist, ob vielleicht noch irgendein Special kommt oder so. Was weiß ich. Also wir überlegen uns, wie wir den Vlog hier noch irgendwie ein wenig interessant gestalten können und ausschmücken können. Naja, bei uns gab es gerade Abendessen. Ja, Abendessen, nicht essen. Oh Gott. Ne, Schweizer direkt. Egal. Swiss Milk. Nee, so. Und ja. Äh. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Du vielleicht? Das ist eigentlich mehr so, das Ganze die Länge zu ziehen. Ja, genau. Wir wollen ja nicht, dass der Vlog von gestern irgendwie 15 Minuten 07 ging und dieser hier so 15 Sekunden und 07 Minuten. Also ich meine, ja. Was? Einfach so. Naja, wir sehen uns dann gleich. So, wir haben uns etwas überlegt, ein kleines Special und zwar 5 Tipps, wie man sein Handy auflegt. Schneller oder wie man länger Akku spart, beziehungsweise Strom, ne? Das kennt ihr alle. Ähm. Tipp 1 ist einfach beim Handy Flugmodus einstellen. Während dem Aufladen Flugmodus einstellen, dann geht das extrem schnell halt. Das habe ich schon die ganze Zeit. Das, äh, genau. Das sieht man hier. Flugmodus einstellen. Wenn man dann, äh, das, so ein Gerät zum Aufladen, äh, anhängt, dann geht das eigentlich ziemlich schnell. Also ich denke, fast doppelt so schnell. Doppelt so schnell. Ja. Ja, dann nächste Fahrt bei dir. Äh, ich bin das nächste Rund, komm mal. Das schöne iPhone. Kann man neu kaufen. Eben. Samsung. Ja, das und das. Auf jeden Fall. Die Helligkeit kennt sicher jeder. Völlig simpel. So. Und dann 1000 Stunden Spiel im Semester. Du weißt was nicht. Ja. Helligkeit einfach nach unten schrauben. Dann haben wir die Taskleisten beim iPhone. Wenn man doppelklickt, kriegt man diese, äh, Ordner auf der Seite, welche Apps im Hintergrund noch geöffnet sind. Einfach alle raushauen und dann spart man schon so mit ein wenig Akku. Und das nächste Weg. Bewegung reduzieren. Genau. Und zwar findet man das bei Einstellungen allgemein. Und Bedienungshilfen. Und wiederum. Bewegung reduzieren. Ne, das finde ich würde. Genau. Bewegung reduzieren. Einfach ein Häckchen ein. Anstattdessen dieses Zooms habt ihr einfach so. Genau diesen Effekt. Ja. Oder wenn man es dann halt einschaltet, beziehungsweise ausschaltet, kriegt man diesen Zoom-Effekt. Und genau diese Einstellung hilft dem iPhone ein bisschen Strom zu sparen. Dann den letzten Fakt ist einfach. Beim Aufladen benutzt nicht das iPhone-Ladegerät, sondern ein Ladegerät, welches fürs iPad gedacht ist. Da das iPad einen größeren Akku hat als ein iPhone und auch somit mehr Strom da hineingefügt wird. Und man genau solch ein Ladegerät zum einen iPhone-Aufladen benutzt. Spart man so eine Zeit beim Aufladen und das geht schneller. Das waren diese fünf Tipps. Einfach mal kurz so rausgehauen, unvorbereitet. Mal überlegt, welche Tipps sind so, aber sonst nichts geplant. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hoffen das natürlich, ne? Wenn ja, du hast einen Like, so einen Daumen nach oben da. Und lass den Daumen einen Video zum Kommentar da. Genau. Genau. Dann, ja. Äh, so einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Morgen. Und wir beenden hier den Vlog. Bist du sicher? Wir haben irgendwie schon noch... Ich denke schon. Pile in die Mitte. Ich denke, ja, nee. Not again. Ich denke, ja, mehr können wir nicht machen. Sonst würden wir euch nur noch langweilen. Das ist schon das zweite Mal nachgeladen. Du hast doch die Waffe hin. Ist mir geschlossen. Nee, aber cooler Effekt hier mit dem Nichts. Jesus. Okay, ja, gut gespielt. Was ist bloß? Du kannst chill doch. Ach so. Wollte ich sagen. Meine, ja, Bro, jetzt. Meine, lieben, ja, ist das. Okay, das sieht krass aus. Das sieht krass behindert aus. Würde ich sagen. Oh, das sieht noch bei Ihnen dämlich aus. Würde ich sagen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da. Würde ich sagen. Bis morgen. . Danke. Toll.